Hi Leute! Heute zeige ich euch noch mal ein Fimo Charm Update. Ich habe euch quasi schon mal mit einem Stativ in die Hand genommen, weil ich gleich jetzt auf meinen Schreibtisch schwenken will und und dann könnt ihr euch meine neuen Fimo Sachen angucken und schön kommentieren, ne? Weil macht ihr immer Spaß, eure Sachen da zu lesen, was ihr mir so drunter schreibt. Das hier, das habe ich noch nicht gebacken. Das ist gestern erst entstanden und zwar habe ich eine Torte gemacht und die dann in acht so Stücke geschnitten und dann mache ich halt noch einen Eipin hinten rein und dann noch eine große Torte. Huch, ich muss ein bisschen über das Display gucken, wenn ich euch das auch ran zoomen kann. Eine große Torte, die sieht schon von außen so aus, hat eine Erdbeere drauf und da habe ich ein Stückchen rausgeschnitten und da kommt auch jeweils ein Eipin dran und das kriegt eine Freundin zum Geburtstag geschenkt hier, die beiden Sachen. So, jetzt klemme ich euch mal irgendwie so zwischen und jetzt kommt mein Charm Update. Dazu habe ich immer ein Döschen und da kommt alles rein, was ihr noch nicht gesehen habt. Davon habe ich irgendwie mehrere gemacht von diesen Keksen. Die sind jetzt schon mit dem Triple Thick Luck lackiert. Einfach ganz einfaches Muster, aber witzigerweise, falls ihr den Tipp noch nicht kennt, das ist ja hier so ein schönes waffelähnliches Muster und ihr werdet es nicht glauben, womit ich das gemacht habe, ihr kennt es bestimmt alle, ein Gyros Teller. Haha. Und da geht das auch recht gut von ab und wenn es mal nicht abgeht, dann müsst ihr da einfach ein bisschen Babypuder drauf pinseln oder Stärke oder was weiß ich. Dann geht das davon auch wieder ab. Davon habe ich irgendwie vier, da schwimmt gleich noch irgendwo eins rum. Warte, Vollständigkeit halber. Okay, dann geht es weiter. Das ist ein bisschen eine schiefe Cupcake Base geworden. Ja, auch mit einer Mold gemacht. Da habe ich mir mal eine Sahne Mold selber gemacht, die gefällt mir jetzt aber noch nicht so gut. Die pinke Sahne drauf, auch lackiert. Dann kommen noch so eine ganze Reihe an Cupcakes, die friemel ich mal gerade raus. Hier noch so ein Stracciatella-Schoko-Gemisch, aber diesmal mit Glitzer drauf. Und eine Glasur. Der hier ist ganz normal lackiert. Also manche Sachen habe ich halt matt gelassen und manche habe ich mal zum Testen lackiert, wie das dann aussieht, aber bei Cupcakes gefällt mir das oft gut, wenn die matt sind. Das ist wahrscheinlich nachträglich irgendwie noch da dran gekommen, weil in der Kiste fliegt so ziemlich viel Glitzer rum. Und ja, hier diesen Limettencane, den habe ich auch selbst gemacht. Dann habe ich mal sowas hier gemacht. Mit so Keks, Wäffelchen, Röllchen, wie auch immer das heißt. Und hier das Bunte, das war mein uralt Fimo, ganz hart. Das habe ich mit der kleinen Mini-Reibe von Kik einfach mal geraspelt und aufbewahrt und jetzt als Streusel für oben drauf verwendet. So sieht das dann von Nahem aus. Ich muss mal das gerade auskippen. Da komme ich ja besser dran. Dann hatte ich hier noch ein Amarettini Keks. Auch in so, keine Ahnung, Stracciatella Schoko. Das ist auch lackiert. Und der Lack, der aus USA, der ist echt super. Das ganze dann nochmal in matt, mit einem Kawaii Face. Da sieht man auch sehr schön die Struktur von meiner Mold. Jetzt habe ich das ein bisschen durcheinander gemacht. Hier nochmal der Oreo Keks, den ihr schon aus dem Tutorial kennt. Sorry, dass ich zwischendurch mal kurz so einen Hänger habe, aber ich muss gerade meine Dinger sortieren. Da ist noch so eins. Da sind wir ein bisschen eingedutscht. Ich habe das nicht so schön rausgekriegt aus dem Mold. Glitzer. Ist alles voller Glitzer. Jetzt hängt das Zeug hier noch so blöd fest. Das war mal nur ein Versuch mit den Mikroperlen. Da habe ich jetzt auch keinen Anhänger dran gemacht. Da wollte ich einfach nur gucken, wenn ich das backe, ob das verläuft. Weil es ja so ganz gut geworden ist. Einfach nur so ein Mini Keks. Dann das ganze nochmal Hupsala. Mit auch diesem geraspelten Fimo und dann ein bisschen Glitzer drauf gestreut und auch lackiert. Dann habe ich, wo ist es? Wo ist es? Hier so ein Megatörtchen gemacht. Ein Cupcake mit so einem Muffin Zeugs drauf. Dann ist das hier ein Schoko-Eisbällchen. Und eine Örtbeere, aber ohne Blätter. Ja, lackiert. Genau. Dann ein Mini Cupcake. Der ist oben ein bisschen platt gedrückt, weil ich versucht habe, die Mikroperlen da schön drauf festzumachen. Man sieht auch schon, dass die teilweise wieder abgehen. Am besten ist, man tut das halt in so eine Glasur rein. Dann hält das halt besser. Das muss ich auch hier irgendwo mal gemacht haben. Glaube ich. Muss ich gleich mal suchen. Lalalala. Kann ich hier ein bisschen schneiden. Dann habe ich hier drei Cheesecakes gemacht. Einer, der ist ein bisschen flach geworden. Der hat auch nur so Mikroperlen oben drauf. Und kein Gesicht. Kein gar nichts. Und der hat auch kein Gesicht. Der hat noch ein paar Kirschen oben drauf. Und auch einer mit Kirschen. Da habe ich noch versucht, eine Glasur zu machen. Aber irgendwie ist das zu viel geworden. Jetzt ist der Alpin irgendwie verschwunden. Aber hat ein Gesicht bekommen. So, die kennt ihr ja schon aus dem Forum. Beziehungsweise bei Facebook aus der Bastelgruppe. Die ist auch wie immer unten in der Infobox verlinkt, falls ihr da mal gucken wollt. Da geht es echt total nett her. Macht immer Spaß dort zu kommentieren und sich die Sachen von den anderen anzugucken. Okay, das ist hier der dicke. Und dann gibt es noch zwei kleine. Die habe ich jetzt auch matt gelassen. Den mache ich vielleicht mal als Kettenanhänger und die dann eventuell als Ohrringe, weil die sind ja doch recht klein. Dann mal wieder ein Donut. Ganz einfach. Nichts besonderes gemacht. Dann habe ich noch ein Donut mit Glasur und Glitzer. Da habe ich in Fimo Liquid Glitzer reingemacht und dann drauf getan. Und dann halt zusätzlich noch lackiert. Dann noch ein Donut, wenn wir schon mal bei Donut sind. Hoppala. Der hat auch unten Glitzer, weil auf der Arbeitsfläche war total viel Glitzer auf einmal. Ja, easy peasy. Dann noch so ein krass glitzerndes Törtchen. Da ist mir irgendwie ein bisschen zu viel da rausgekommen. Na ja. Dann habe ich noch das hier gemacht. Eine kleine Zitronenschokorolle. Da habe ich die Zitrone einfach mit so einem Kletsch von der Glasur festgeklebt. Und dazu, wenn wir schon mal bei Zitronen sind, gibt es noch hier diese Tarte. Da habe ich so gelbes Fimo mit weiß gemischt. Und dann viele kleine Stückchen. Das sieht man jetzt leider nicht, weil dann halt noch zum befestigen Fimo Liquid reingeträufelt. Und dann das Netz drüber gelegt und auch die Glasur und dann die Zitrone. Und da könnte man sich auch eine Kette von basteln. So, Glitzerdonut. Den schieben wir noch hinterher. Der ist ziemlich hell. Den habe ich jetzt nicht mit Pastellkreiden noch bepinselt. Da habe ich dann nur Glasur drauf gemacht und Glitzer und dann lackiert. Dann noch zwei Villacoma Cupcakes. Ein bisschen strukturiert halt und dann mit Acrylfarben das Gesicht aufgemalt. Der hat so eine glatte Umrandung bekommen und das habe ich dann mal so gezwirbelt gelassen. Dann gibt es noch ein kleines Eis. Hoppala. Auch mit Füllung und wie konnte es anders sein? Mit Glitzer. Und den Sternen. Den habe ich mit so einem ganz kleinen Ausstechförmchen ausgestanzt. Und eine Praline mit Füllung. Und das Ganze wieder lackiert. Und ich hatte ja von der Kreativa, hatte ich ja so, hatte ich euch ja schon, glaube ich, mal gezeigt, oder gesagt, dass ich da Molds von machen wollte. Und zwar hatte ich ja dieses Blümchen von dem einen Stand. Das habe ich dann quasi so abgedrückt. Und ich hatte ja auch diese Glitzersteine, wovon ich besprochen hatte, die habe ich dann direkt mal da mit eingebacken. Und das wollte ich zum Beispiel mal auf meine Grußkarten mit drauf machen. Sieht ja auch eventuell mal ganz nett aus. Hier habe ich ein bisschen Transparent Fimo mit reingebracht. Und dann hier so Türkis und ein bisschen Blau-Grün. So. Und das habe ich auch mit so einer Form gemacht und dann halt alles weitere. Oh, Entschuldigung. Mein Husten, der geht ja einfach nicht weg, ne? So. Also das Reh habe ich auch mit der Form gemacht und dann den Rest aufgemalt. So. Dann habe ich irgendwo mal in einem Etsy-Shop hier diese lustigen Gefährten gesehen und wollte die mal nachmachen, ob ich die auch so einigermaßen hinkriege. Meine sind natürlich nicht ganz so schön geworden. Das ist ein Toast mit Erdnussbutter und keine Ahnung, Pflaummus oder irgendeine Blaubeermarmelade. Die Unterseite, die ist voll schäbig geworden. Da habe ich irgendwie nicht so drauf geachtet nachher. Ja, sehr uneben und voller Fingerabdrücke, aber lassen wir sie mal lieber so liegen, wenn ihr das sehen könnt. Der Toast ist sehr schön strukturiert, weil ich auch von so einem Mini-Zwieback von Brandt habe ich mir ein kleines Förmchen gemacht. Und da kann man eigentlich super Toasts mitmachen. Ja. Alle Augen, äh, das Schwarze ist Fimo, der Rest ist mit Acryl draufgetopft. Und dann habe ich einen Skull gemacht. Den habe ich hier unten, der Mund, der zugenähte, ist halt auch mit Fimo. Und dann habe ich hier so Vertiefungen gemacht und die habe ich nachher mit Acrylfarben noch angemalt und zum Schluss lackiert. Und der hat auch Glitzer abbekommen, weil alles hier voller Glitzer war. So, und, äh, was ich euch gleich eventuell noch als Bild dann einblende, ist die Kette, die ich für meinen Mann gemacht habe. Da ist auch so ein Totenkopf dran. Die hat er sich dann so gewünscht. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich habe euch nicht gelangweilt, weil das Video ist schon wieder über 10 Minuten lang geworden. Und hier nochmal alles im Überblick. Tatatata. So, jetzt habe ich euch alles gezeigt. Und jetzt kann ich wieder neu basteln. Also, macht's gut. Tschüssi. 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 Hah, woh. exercises bad beheben plant. Ich gucke mir... Was habt ihr Years beklemmert? Ich gucke mir... Oh. Untertitelung des ZDF, 2020